Durch einen geradlinigen Leiter fließt ein elektrischer Strom von 5 Ampere. In welchem Abstand von diesem Leiter ist das Magnetfeld genauso stark wie das der Erde? Hier die Situation und hier die Angaben. Die Stromstärke I beträgt 5 Ampere. Die Magnetfeldstärke ist genauso groß wie die der Erde, das heißt 5 mal 10 hoch minus 5 Tesla. Als Permeabilität nehmen wir µ0, die Permeabilität der Luft, das heißt 4 mal Pi mal 10 hoch minus 7 Tesla Meter pro Ampere. Gefragt wird dieser Abstand R, den wir in Meter ausdrücken. Und um diesen herauszufinden, nutzen wir die Formel von Bio-Savart. Aus dieser Formel schließen wir, dass R gleich ist zu µ mal I geteilt durch 2 Pi mal B. In dieser Formel ersetzen wir µ durch 4 Pi mal 10 hoch minus 7, I durch 5 und B durch 5 mal 10 hoch minus 5. Und so finden wir als Distanz R 2 mal 10 hoch minus 2, das heißt 0,02. Dieser gefragte Abstand R beträgt also 0,02 Meter, das heißt 2 Zentimeter. Das heißt 2 Zentimeter. Das war's.